So, habe ich die beiden mal rausgeschoben und bin jetzt im Prinzip für eure Fragen da. Also, wie machen wir das mit den Fragen? Ganz easy Geschichte. Ihr kommt einfach ins TS, wenn ihr die Frage hier stellen wollt oder aber ihr stellt die Frage halt im Chat. Wenn ihr sie im Chat stellen solltet, kann es sein, dass ich sie überlese. Also, da könnte es sein, dass ihr sie öfter posten müsst, weil ich gerade noch eine andere Frage beantworten muss etc. Ja, das ist hier Frage, wenn ihr live, richtig. Wenn ihr, das sollte ich vielleicht dann auch mal ändern, wartet mal. So, sollte ich auch mal das Spiel wieder ändern? In World of Warcraft. So, Mist of Pandaria, Update, sich beinahe auf den Commercial-Button gedrückt, aber alles gut. So. Wenn ihr halt Fragen habt, dann stellt sie am besten auch irgendwie mit so einer eckigen Klamme Frage davor. Also, so zum Beispiel Frage, ja, und dahinter dann bla. Dann kann ich das halt von dem Rest, der eventuell da ist, besser unterscheiden. Und wenn ich eure Frage halt nicht sofort beantworte, dann stellt sie einfach nochmal. Ihr könnt die Frage entweder, wie gesagt, im Chat oder aber auch im Teamspeak direkt im Gespräch mit mir stellen. Dafür müsst ihr einfach nur ins Teamspeak kommen. Am besten macht ihr es so, wie der Beemster, damit ich weiß, dass ihr eine Frage habt. Oder wie der Moritz. Die haben sich halt einfach irgendwie auch umbenannt, sodass da halt Frage steht. Rakshasar möchte wissen, ob ich gerne Milch mag. Ja, ich finde Milch ganz lecker. So, schnell beantwortet. Mein Hund ist gerade da, aber der möchte jetzt wieder raus. Dann hau mal ab. So, Hund ist weg. Also kann ich mich jetzt wieder ganz um euch kümmern. Wie wäre es mit Musik? Ja, könnte ich theoretisch im Hintergrund einspielen. Ich wollte aber das Ganze wahrscheinlich auch auf YouTube hochladen. Daher ist Musik eher schlecht. Tobi27 möchte wissen, wie geht es Barlow und Drunken und Mpox? Wann macht ihr wieder was zu viert? Also zu dritt auf jeden Fall mit Barlow und Drunken. Mpox wird nicht dabei sein. Morgen Abend, 20 Uhr, anders gilt in Overgate. Der Durrenheim. Machst du nach dem Progress wieder ein Raytalk? Ja. Und wenn, wann glaubst du, ist der Progress rum? In Deutschland, denke ich, wird wir auf jeden Fall noch eine weitere Woche haben. Wenn nicht zwei. So bei der Masse. Und von daher wird es auch so lange noch ein bisschen dauern mit dem Raytalk. Die nächste Frage ist, was für ein PC-System hast du? Und was hast du für ein Upload? Schaut alles ziemlich nice aus. Also mein PC-System hier ist jetzt ein bisschen älter. So knapp zwei Jahre. Entschuldigung, ich muss kurz husten. Mein Upload ist bei, lasst mich nicht lügen, sieben, ach Quatsch, fünf Mbit. Also fünf Mbit Upload habe ich. Das PC-System, ich gucke das gerade mal nach, damit ich das vielleicht einfach mal für euch, ähm, nein, nicht Anzeige, Gerät. System sehen. Was ist denn hier nochmal System und Sicherheit und da System. Ich habe einen Intel i7. 2600K, 3,4 GHz. Ist also schon ein bisschen älter, wie gesagt. Ich habe 16 GB RAM in dem System hier zu Hause. Im Büro habe ich ein bisschen besseren. Ich habe, glaube ich, hier eine 570 GTX oder so. Ähm, wieso hat die Uo eigentlich keine Frau dabei? Wäre doch auch mal nett. Ja, weiß nicht, weil weder Drunken, Mpox, ich oder Balu eine Frau sind. Warum ist Mpox in letzter Zeit nie dabei, möchte MoJoy wissen. Weil er sich nicht für Harstown interessiert. So, dann nehme ich jetzt mal Leute hier aus dem TS. Da hat ja der Beamster, hat eine Frage. Ziehe ich den Beamster mal rein. Hallo, Herr Beamster. Hallo. Frage. Was gibt's? Da steht Beamster, wenn ihr Fragen. Was denn? Da steht Beamster, wenn ihr Fragen. Daher ging ich davon aus, dass du Fragen an mich hast. Oh, das war vom letzten Mal noch. Ne, ich bin jetzt gerade mit meinem Kumpel in den Sand. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Also hast du keine Fragen. Gut, dann schiebe ich dich so gut. Absolut nicht. Generell ist aber so, nochmal als Info, dass wir den Server hier nur als Event-Server nutzen. Das ist nicht, weil ich nicht will, dass den, also jemand anderes genutzt, sondern er wird überfüllt. Daher bitte schau, also du kannst heute Abend gerne noch spielen, aber schau einfach nach einem eigenen TS-Server. Zwei Euro pro Monat, der günstigste bei Guildhome, ne, nur als Empfehlung. Alles klar, danke. Ciao. Ja, der hat nicht mal so eine Frage, schreibt sich das dahinter. Dann holen wir doch mal den Moritz rein. Du kannst sofort deine Frage stellen, weil zumindest bei dir steht Frage, wenn ihr denn dabei. Weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ist bei dir so? Ja, ist schon eine Frage. Gut, warte, ich antworte noch eine Frage aus dem Chat. Also, mitnichten, Mob ist ein sehr, sehr gutes Seton, wie ich finde. Es gab ein paar Sachen am Anfang, die haben mich gestört, und zwar diese Geschichte mit den Daily Quests, an denen sie ja auf jeden Fall jetzt arbeiten wollen, dass man halt nicht irgendwie 20.000 Daily Quests machen muss. Ansonsten finde ich das Spiel grundsätzlich auch sehr gut. Gut, ich spiele es tatsächlich nicht mehr so oft, was aber nicht an dem Spiel liegt, sondern einfach, zum einen habe ich halt keine Freunde. Nein, also, so gesehen kann man das richtig sagen. Also, ich habe einfach nicht so viele Leute, mit denen ich WoW spiele. Und das bedeutet also dann ja wiederum im Umkehrschluss, ja, ich kann halt nur mit irgendwelchen Fremden oder müsste neue Leute kennenlernen. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder recht wenig Zeit durch die Arbeit an der Seite, die halt, ja, am Tag durchaus auch mal um die 14 Stunden oder mehr einnimmt. Und aus dem Grund, ja, spiele ich halt keinen WoW im Moment richtig aktiv, sondern nur so sehr, sehr casual-mäßig. Ja, also, ja, ähm, der Moritz ist hier, was ist deine Frage? Also, ganz kurz nochmal abschließen. Ich finde MOP sehr gut, ist mit Sicherheit eines der besten mit uns gewesen. Und wenn man das nüchtern betrachtet, ohne die Tatsache, dass du vielleicht schon, ich weiß nicht, wie lange du schon WoW spielst, aber sicherlich schon echt lange, irgendwann wird's halt ein bisschen langweiliger und man hat Bock mal auf ein neues Spiel. Das ist eine ganz normale Sache, ne? So. Bitte, äh, Moritz. Also, ich hab zwei Fragen. Und zum ersten Mal um Hearthstone. Und, ähm, ich weiß zwar, dass du da auch nicht so genaue Antwort drauf weißt, weil es geht um die Open Beta, aber an was für Sachen denkst du, macht das Blizzard fest, wann die rauskommt? Und findest du, das ist deiner Meinung noch so unbalanced, weil ich persönlich hab zwar keinen Hearthstone-Beta-Key, aber von Streams her kommt's mir nicht so unbalanced vor, deshalb denk ich auch, dass es bald mal in die Open Beta kommt. Also, ich find persönlich, dass es schon sehr, sehr balanced ist. Ähm, denke, dass sie halt jetzt mit dem nächsten Patch, wie sie das ja auch angekündigt haben, ich glaub am Donnerstag, äh, wenn sie den Karten-Vibe durchführen, dass sie da nochmal extremst viel an den Karten geändert haben, die sie halt für unbalanced hielten. Entschuldigung, ich muss zwischendurch immer ein bisschen husten, hab mir ein bisschen erkältet. Und, ähm, ja, ich glaube auch, dass halt inhaltlich zwar die Beta nicht wirklich weit ist, aber rein, äh, von, von den Server-Strukturen waren sie halt jetzt doch noch nicht so weit. Ich denke, wenn man gesehen hat, wie viele Leute sich dafür interessiert haben, ähm, war es wahrscheinlich mehr, als sie gerechnet haben. Und auf der anderen Seite sieht man ja auch ganz klar, dass, ähm, Blizzard gesagt hat, sie müssen das Ganze aufbohren. Also sie müssen halt mehr Leute, äh, noch in die Beta finden, äh, kriegen. Ähm, was ja wahrscheinlich bedeutet, dass, äh, ach Quatsch, die Hardware aufbohren. Was ja halt bedeutet, dass, äh, die aktuelle Hardware auch gar nicht dafür ausgereicht hätte. Aus dem Grund, ähm, nehme ich schon mal stark an, dass das, äh, schon noch so zwei, drei Wochen dauern wird. Ja, dann nochmal zu dem Thema mehr Leute ansprechen, ähm, mit dieser Android- oder mobilen Version. Ähm, ähm, denkst du, die kommt zum offiziellen Hardstone-Start raus oder wird die ein bisschen verschoben? Also die iPad-Version könnte ich mir vorstellen. Ähm, die Android-Version wird auf jeden Fall später rauskommen. So viel habe ich schon, äh, gehört. Ähm, das haben sie nämlich gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall daran auch arbeiten. Aber erst mal die iOS-Version davon rausbringen. Alles klar. Und dann noch eine letzte Frage, ähm, zum Thema Heroes. Ähm, wird es da eine Beta geben für alle User? Oder nur eine Alpha für halt so engere Kanten von dir? Ja, also Heroes, wir haben ja Heroes, ähm, also erst mal, ähm, haben wir ja Heroes umgestellt. Vom Design her. Das sind halt mehrere Gründe. Ähm, der Hauptgrund ist, äh, schlichtweg, dass die ursprüngliche Idee war, äh, dass es das, was wir da machen, äh, so in der Form und in der Kombination wirklich noch gar nicht gibt. Da muss ich sagen, äh, habe ich mich ja definitiv ein bisschen, äh, mitgetäuscht. Ähm, was wiederum das zweite Problem aufwirkt, dass wir da sehr viel mehr Geld reinstecken müssten in Werbung, um das Ganze halt bekannt zu machen, als ich ursprünglich, äh, gedacht habe. Für, pfff, mindestens 20.000 Euro, die wir halt, äh, leider, äh, kein, äh, also nicht zur Verfügung haben und wir wollen dafür ja auch nicht sammeln oder so. Äh, das Ganze ist ja, äh, vom Grundsatz her fertig. Deswegen war die Frage, wie machen wir es auf eine andere Art und Weise. Äh, äh, unsere, äh, Option, unsere Idee war halt, dass wir es dann doch mehr an die Seiten anbinden und, äh, auch in jede Seite integrieren. Also es wird dann jetzt so sein, dass es zwar, oder das auf jeden Fall genau wie es, äh, bisher geplant war, diese Heroes, äh, Seite gibt und diese, ähm, All-in-One-Lösung gibt. Es gibt aber auch, äh, immer eine Anbindung der einzelnen Seiten und der User-Datenbank. Also bisher war es zum Beispiel auch geplant, dass es zwei unterschiedliche User-Datenbanken sind. Jetzt ist es dann auf jeden Fall umgeplant, dass es eine User-Datenbank ist und dass sich, ähm, ja, die Daten halt, äh, daraus beziehen. So, dass, äh, wir halt Vorteile sehen für die User von VaniniU, von Guild News, den späteren MMO-Seiten, Barrenbuff und GetGaming. Dass sie halt, äh, aufgebautere Profile, dass sie Nachrichtensysteme haben, ein, äh, das Achievement-System wollen wir damit koppeln und so weiter. Solche Sachen halt, äh, und denken, dass wir damit halt, äh, einfach bessere, ähm, Chancen haben, das Ganze rauszubringen und rauszumachen. Und dafür wird es auf jeden Fall auch eine Beta geben. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie die aussieht, weil, ähm, bevor wir das Ganze jetzt, also wir haben halt ja einen, äh, gewissen Code, der auch schon funktioniert, wir hatten ja eine Alpha, äh, schon. Und, ähm, diesen Code müssen wir jetzt ja, äh, anpassen an die Seiten. Das ist noch nicht das, ähm, äh, Problem, sondern wir brauchen erstmal die anderen Seiten noch. Also wir haben jetzt Guild News veröffentlicht, wir wollen auf jeden Fall noch Hearthstone veröffentlichen, wir wollten noch Wildstar, äh, die Seite veröffentlichen und eventuell noch, äh, zu Teso und EverQuest Next. Und, ähm, bevor aber nicht die Hearthstone und Wildstar-Seite online sind, wollten wir auch noch nicht die Heroes-Sache weiter in Angriff nehmen. Also es ist halt so ein gewisser, ähm, Schlachtplan, den wir da halt verfolgen. Und, äh, also an Heroes selber ist es halt so, das muss noch ein bisschen verschönert werden, das muss dann noch wieder für die jeweiligen Seiten angepasst werden. Und es fehlt noch die Blizzard-AP-Integration. Der Rest ist durchaus, ähm, fertig schon. Es gab ja, äh, die Tester, die das in der Alpha-Version schon ausprobiert haben. Und ich habe vor kurzem auch alle, äh, Spender angeschrieben, um sie nochmal über diesen Status, den ich jetzt hier auch nochmal kommuniziert habe, äh, zu informieren. Ich persönlich denke, dass wir, ähm, mit dieser Integration in die Seiten und in das User-Profil der Seiten, ähm, ähm, zwar uns wahrscheinlich ein bisschen den Weg verbauen, dass andere Seiten wie, keine Ahnung, Gamona, Buffed, WoW-Check, äh, whatever, ähm, Heroes mitbenutzen. Aber wir haben einen unglaublichen Mehrwert für die User von Vendin.eu, Barrenbuff, ähm, GetGaming, etc. Und aus dem Grund wiederum denke ich, dass das Richtige ist, weil genau die Leute haben ja auch gespendet. Und, ähm, dann soll man es natürlich auch so, äh, einsetzen. Und ich denke, äh, das wird ein ganz, ganz großer Gewinn für, äh, die Seiten werden. Jo, alles klar. Ich hoffe, das ist nicht zu ausführlich, aber ich... Nee, nee, das war schon gut. Weil ich habe das so gar nicht mitgekriegt mit dieser Umstellung. Und, ja, war interessant. Ist auch so, dass wir tatsächlich, ähm, das, äh, noch nicht so, ähm, schriftlich verkündet haben. Ich habe das jetzt, wie gesagt, vor zwei Wochen knapp den Spendern per E-Mail, also ich habe den E-Mail geschickt, aber wir hatten das in der Tat noch nicht, ähm, als News veröffentlicht, weil das, ähm, ja noch eine Sache war auch, äh, da müssen wir erstmal gucken, klappt das so, äh, funktioniert das. Das war halt alles noch zu klären. Und, ähm, das war jetzt schon, äh, so seit kurz vor der Gamescom unser Plan. Aber man muss sagen, wir haben sehr, sehr viel im Moment auch zu tun und auch sehr, sehr viele wichtige Sachen. Wir hatten den, äh, Start von Hearthstone und, ähm, jetzt Patch 5.4, was beides sehr, sehr große Sachen sind. Außerdem nebenbei noch die Fertigstellung von Guild News. Das haben ja alles nicht irgendwie ein, äh, 20-Mann-Team gemacht, sondern, äh, das war ein sehr, sehr limitiertes Team, äh, ist das ja, was daran arbeitet. Also die Programmierung machen bei uns halt zwei Leute. Das ist der, äh, also die interne Programmierung von so Seiten wie Guild News, von Venen.eu, etc. Ähm, Heroes hatten wir ja extern in Auftrag gegeben, aber, ähm, diese internen Sachen machen halt der Grain und der Mark. Ähm, und die haben beide aber nebenbei noch andere Aufgaben. Deswegen dauert das dann teilweise vielleicht immer ein bisschen. Aber, ja, wir, äh, beeilen uns und wir sind, äh, dabei als nächstes steht auf dem Programm. Vielleicht, um das so eine gewisse Roadmap zu haben, soll die Hearthstone-Seite fertig gemacht werden. Ähm, wir haben einen internen Termin dafür, der auch gar nicht so weit, äh, weg ist, wie die meisten denken. Aber, äh, den möchte ich hier noch nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das wirklich funktioniert. Äh, wir hatten auch einen internen Termin für Guild News, der war vor der Gamescom. Ihr, äh, wisst, wann die Gamescom war und Guild News kam am Freitag. Von daher, ne, das kann sich immer halt ein bisschen nach hinten verschieben. Äh, ich hoffe aber, dass das mit Hearthstone besser klappt und, äh, ja, danach ist die Integration, äh, oder die Weiterentwicklung der Wildstar-Seite, ähm, wie heißt der denn, äh, Arcship, äh, Wildstar-Archship geplant. Und nebenher haben wir halt, äh, noch die Einführung von, äh, unseren Ad-Free-Accounts. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt? Nee. Ja, ja, Ad-Free-Accounts, also, was Ads sind, Ads sind halt Werbung. Ja, klar. Ähm, wir haben Werbung auf, äh, wenn in EU, es gibt manche Leute, die stört diese Werbung, die installieren sich dafür einen Ad-Blocker. Äh, also quasi einen legalen Ad-Blocker oder der euch supportet, quasi. Sozusagen, genau. Es ist halt, äh, äh, ein Account, bei dem man übrigens dann auch noch einstellen kann, möchte man Werbung sehen, ja oder nein. Ähm, man zahlt dafür halt einen, ja, monatlichen Unterstützer-Beitrag und sieht dafür halt keine Werbung und hat sich, hat ansonsten, äh, also es wird nicht hier zum Beispiel, äh, als schönes Gegenbeispiel kann man immer dann Bild Plus nehmen. Ähm, ähm, Bild Plus, äh, ist, denke ich, vielen bekannt, äh, wenn nicht, das ist von der Bild-Zeitung im Dienst, da gibt's einige Artikel, die können nur Leute lesen, die zahlen. Das wird's auch wenn in EU etc. nicht geben, also alle können alle Inhalte sehen, nur die einen dann halt mit Werbung und die anderen, ähm, halt nicht. Es wird aber einige, äh, Vanity, äh, Dinge geben, also zum Beispiel eine Post-Farbe, einen Titel und, äh, und dann in Heroes. Du hast noch ein paar Features, ähm, ja, da hoffen wir uns halt, also ehrlich gesagt, ich glaube da nicht so unbedingt dran, dass das viele machen, aber, äh, wir hoffen uns halt so ein bisschen eine weitere, ähm, Einnahmequelle, die uns dann ein bisschen unabhängiger natürlich auch von gewissen Werbebuchungen macht. Man muss sagen, äh, wir leben ja komplett von dieser Werbung, äh, und halt vom Erstellen von Webseiten, also für andere Leute halt, äh, teilweise Internet-Webseiten. Und, äh, wenn dadurch halt, äh, ein bisschen was noch monatlich reinkommt, äh, wäre das alles vielleicht, ähm, ein bisschen einfacher, wer weiß, ne? Naja. Ja, dann haben wir kurz, ja. Dann haben wir kurz eingehakt, wird es dann auch monatlich kosten, ähm, so ähnlich wie in Subscribe hier in Twitch oder? Also, äh, also ist ähnlich wie in Twitch, allerdings, ähm, ist es so, dass, äh, wir das so machen werden, dass es dann halt, äh, also wir machen keine, kein richtiges Abo, was sich halt selbst verlängert oder so, ähm, weil ich finde sowas immer total doof, ähm, wenn man... Verliert man gleich den Überblick. Genau, man findet den Überblick vielleicht und dann wird auf einmal irgendwas abgebucht oder sowas, ne? Kennst du vielleicht, wenn, äh, ich weiß nicht wie alt du bist, aber manche Leute kennen das da draußen, die dann irgendwie eine Handy-Rechnung haben, die abgebucht wird. Und, äh, von daher werden wir es hier, äh, so machen, dass ihr, äh, das Ganze halt für einen bestimmten Zeitraum, äh, quasi in Prepaid kauft und, äh, wenn es dann halt, äh, abgelaufen ist, dann ist es abgelaufen, ähm, aber ihr habt dadurch halt nicht irgendwie eine automatische Wiederaufladung. Ist natürlich für uns auch auf einer Seite doof, weil, äh, ganz viele Leute, äh, vergessen sowas dann zu kündigen, etc. Aber, ähm, das ist halt nicht unser Ding und wir wollen da halt vor allen Dingen, weil auch einige junge Leute das nutzen werden, wollen wir halt diese Prepaid-Geschichte machen. Ähm, es wird auch günstiger werden, wie viel, je länger man das macht, äh, das nur als kleine Erklärung, warum. Äh, ihr müsst euch halt vorstellen, für jede Transaktion, die man macht im Internet, äh, das läuft ja dann meist über Paypal oder Sofortüberweisung oder so, ne? Äh, die kosten halt Geld und die kosten so ungefähr 60, 70 Cent. Wenn man jetzt mal, äh, spaßhalber annimmt, also ich sag jetzt einfach, äh, einen Betrag, ja, äh, von einem Euro, den wir halt nehmen würden, das wird es nicht sein, das wird wahrscheinlich ein bisschen, äh, mehr sein und auch darauf ankommen, ob ihr alle Seiten freischalten lassen wollt oder nur eine. Ähm, äh, äh, dann kostet das halt ja 60, äh, Cent, wie gesagt, diese Paypal, äh, beziehungsweise eine andere Gebühr. Und, äh, da haben wir wieder das Problem, äh, dass die ja dann wiederum noch abgezogen wird. Also nehmen wir mal an, einer würde einen Euro zahlen, 60 Cent geben wir erstmal an Paypal oder Sofortüberweisung, bleiben noch 40 Cent über, ne? Das ist halt, ähm, dafür, äh, ist dann halt Leute natürlich, die das dann für sechs Monate oder so gleich bezahlen, äh, wird es dann da natürlich auch ein bisschen günstiger für. Aber das machen wir dann noch. Und da wird es dann, äh, ähm, ja. Ja, ja, alles klar. Park Vendor turns into World of Vendor, alles zu Heroes. Unter anderem, ja, hat halt eine Frage gestellt. Ich mache auch gleich mit den anderen Fragen weiter. Also, wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, es haben hier einige Leute noch welche im Chat geschrieben, die ich noch nicht beantwortet habe. Die mache ich, ähm, noch. Und, ähm, ähm, äh, eine Frage, die letzte ist sehr, sehr cool. Die werde ich gleich beantworten. Und, ähm, ja, dann erzähl ich weiter. Jo, ich sage auf jeden Fall danke, ne? Ja. Danke dir. War sehr informativ. Ja, für die Frage. Bis dann, tschüss. So, erstmal gucke ich weiter, äh, was hatte ich sonst noch für eine Frage? In welchen Abständen geht es mit UAO weiter, in Klammern WoW? Die letzte Folge ist ja nun etwas her. Es wird halt weiterhin, äh, Hearthstone-UAO-Folgen geben. Das kann ich dir sagen. Ähm, morgen nehmen wir die nächste auf, im Livestream. Äh, Rakshasa, ich habe sogar eine ernste Frage. Kann man dein Tukiyei so konfigurieren, dass man die Porträts noch sehen kann? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, nein. Weiß es aber nicht. Frag mal im Hope and Despair-Forum. Äh, wie alt ich bin? Ich bin 34, also schon ein bisschen älter als du. Auf jeden Fall mit 1996er Geburtsdatum. Lieber Xins, falsch stimmt. Ähm, ah cool. Äh, 1, 2, 3, 4. Frag mich nach einer Facecam. Ja, ich habe, also, ich finde, äh, die Nichtanwesenheit einer Facecam an vielen Stellen sehr, sehr angenehm. Zum Beispiel, ich kann streamen, wenn ich einen Tag, also ich sag mal so wie heute, äh, 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 also heute stimmt das zwar nicht, aber es gibt ja so Tage, an denen geht man zum Beispiel gar nicht duschen oder so, ja, als dummes Beispiel. Und dann hat man vielleicht total doofe Haare, kann aber trotzdem am Rechner gehen und streamen, ja. Oder kann, weiß weiß ich, was anhaben, ja. Äh, das ist da egal. Und deswegen, das finde ich immer ganz, äh, angenehm bei einer Facecam. Ich habe überhaupt auch gar keine Webcam. Ähm, und deswegen, äh, habe ich mir allerdings mittlerweile schon tatsächlich überlegt, äh, eine Webcam vielleicht doch dafür mal, äh, zuzulegen und, ähm, das doch mit Facecam zu machen, weil, ja, das viele halt wollen. Äh, äh, blaher möchte wissen, was mein gelernter Beruf ist. Ich habe, ich habe, also ich habe, ähm, ach, äh, ein paar Sachen studiert. Äh, angefangen habe ich mit, äh, Informatik, das habe ich aber relativ schnell abgebrochen und habe dann, ähm, Sozialarbeit studiert, soziale Arbeit. Äh, in dem Bereich habe ich auch gearbeitet, also in einem Kinderheim, beziehungsweise in Wohngruppen für Kinder oder für Jugendliche, fünf Tagesgruppen, solche Sachen oder zuletzt noch in einer, äh, Schule, Schule, Sozialarbeit. Ähm, planst du mit Bale und Konsorten auch mal in Final Fantasy Online zu spielen? Ich, im Moment nicht, sage ich es so. So, die Seiteneinbindung klingt sogar noch besser als Standalone, danke. Was meinst du wird aus Wildstar, Top oder Flop? Also, ich glaube, Wildstar wird echt cool und wird seine Zielgruppe finden. Ob es jetzt so erfolgreich wird wie WoW, würde ich auf jeden Fall mal bezweifeln. Aber, äh, das ist halt ein bisschen, ähm, schwierig zu beantworten, ne? Ja. So. Dann hat hier, äh, der Kobaltonaut eine sehr interessante Frage gestellt. Gibt es neben den ganzen neuen Netzwerksseiten auch Pläne für ein Update für GetGaming? Ähm, ich denke mal, du bist ein Fan von GetGaming und ich kann dir sagen, ja. Wir planen ein komplettes Redesign von GetGaming rein technischer Natur. Im Moment, um das zu erklären, ist es so, dass GetGaming auf einem, ähm, CMS liegt, was wir, also meine Mitarbeiter, nicht so gut, ähm, bearbeiten können. Das bedeutet also, sie können nicht so gut neue Features hinzufügen und sie haben nicht so, äh, die Ahnung, was man, äh, da am besten draus macht. Aus dem Grund, wir werden uns wahrscheinlich am Mittwoch dafür treffen, in Bochum im Büro und, äh, werden, äh, ein Update für GetGaming durchsprechen, was wir da machen. Äh, das wird natürlich Mpox, äh, zu einem großen Teil entscheiden, wahrscheinlich auch seine Mitarbeiter wird auch fragen, was die da halt drin haben wollen. Wir werden GetGaming also auf jeden Fall nochmal, ähm, cooler, neu, äh, entwickeln und, äh, ich denke auch, äh, für die ganzen Leute, äh, interessanter machen. Ja, äh, Kitty-Kätzchen möchte wissen, ob ich bei Alimania dabei war, nein, äh, der Dunham-Aid möchte wissen, schwarz-grün oder schwarz-rot, ähm, schwarz-rot spontan. Äh, schlimmer als Estara gar nicht werden, was? Was hat mit Estara zu tun? Achso, mit der Facecam. Ande-Guild ist das Forum, genau das meine ich, ja. Was sagst du zu den, früher war alles besser, als du früher, äh, auch sehr erfolgreich geradet hast? Achso, nein, das würde ich nicht sagen. Also, dass ich jetzt nicht mehr, äh, Raider hat ja nichts mit dem Spiel zu tun, sondern, ähm, mit meinen Lebensumständen. Ich hab einfach gar keine Zeit dafür. Ich hab jetzt gar keine Zeit dafür, ähm, so viel zu raiden. Die Arbeit an der Seite und an den Sachen, die da mit einhergehen, nimmt einfach viel, viel zu viel Platz ein. Und dafür hätte ich, ähm, im Leben, ähm, nicht die Zeit und, äh, die Energie, ähm, und auch vor allen Dingen die Leute nicht. Sonst, also ich denke, äh, das stimmt mal sehr, sehr gut und teilweise auch besser als früher. Jetzt hat mich hier gerade einer angeschrieben, wie ihr seht. Frag ich den nochmal. So, ähm, nochmal hoch. Ähm, das haben wir schon. Frage, wie lange möchtest du Wendin EU noch betreiben und damit Geld verdienen? Also, äh, ich sag mal, äh, um das nochmal klar zu machen für alle. Ist es leider, in Anführungsstrichen, leider nicht so, dass ich quasi hier mit Wendin EU Geld verdiene, was ich mir auf die hohe Kante leben kann? Es ist eher, ne, ähm, ja, bedingte, ähm, Ähm, Einnahmequelle, ne, also, ähm, es reicht halt gerade so aus, ne? Ähm, und wie lange ich das noch plane, so lange, wie es geht. Mir macht das total viel Spaß. Ich bin jetzt seit, äh, knapp vier Jahren hier dabei, seit drei Jahren circa hauptberuflich und ich versuche hier einiges aufzubauen, ähm, weiter aufzubauen. Ich habe noch viele, viele Ideen, viel, viel Energie für interessante Sachen und, ähm, von daher, ich habe da total Lust drauf und, äh, plane es noch, äh, intensiv weiter zu betreiben. Der Letos, ähm, möchte wissen, ist vielleicht anders gilt in Overgate GB2 geplant? Nein, Balor hat das schon mal ganz klar abgesagt. Ähm, ich weiß nicht genau, was da, äh, der, äh, Otto C geschrieben hat, ist ja auch egal. Äh, Frage, wird die nächste RIP-Pause mit einer 10er-Gelde sein? Ich habe schon versucht, äh, die, die ich gefragt habe, und zwar Moons hat mir abgesagt, leider. Kennst du Barlow persönlich oder wie habt ihr euch drei kennengelernt? Nein, ich kenne Barlow tatsächlich nicht persönlich, äh, bislang. Ähm, leider war er nicht auf der Gamescom. Äh, wir haben uns halt, wir haben es schon so oft erzählt, aber ich sage es jetzt nochmal, wir haben uns halt kennengelernt, ähm, ich habe ein, ähm, Star Wars The Old Republic Video von ihm gepostet auf Van in EU und dann noch eins und dann hat mich irgendjemand aus seinem Team angeschrieben, ob ich nicht mal Bock hätte, mit Barlow was zusammenzumachen. Da habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Dann habe ich Barlow im Skype getroffen, wir haben da das erste Mal miteinander wirklich gesprochen und, äh, daraus, Monat später oder so, hat er mich dann gefragt, ähm, ob ich Bock hätte, bei einer Skilt in Overgate mitzumachen. So ungefähr. Äh, ja. Mehr Fragen waren jetzt gerade gar nicht. Wofür wirst du denn bezahlt? Echt mal, wofür wirst du denn nicht bezahlt? Äh, hast du mal Lust auf, mit mir Spanisch zu lernen für mein Abitur? Ah, no hablas Español. Ist übrigens auch, äh, schon fast das alles, äh, was ich, äh, sagen konnte. Also ich, äh, hab mal Spanisch gelernt, kann aber nichts mehr, also... Ähm, von daher... Da bin ich raus, an der Stelle. So, Frage... Hast du mal vor, mit Community Flex zu gehen? War ich schon mal, aber will ich noch weitermachen, ja. Toll. Ähm, ja, also das ist ja, ähm... Mein aktuelles Singleplayer-Lieblingsspiel. Halfstone ist kein Singleplayer-Lieblingsspiel. Von daher, ich spiele ehrlich gesagt echt nichts anderes. Ähm, von daher, äh, ist es so, dass ich da nichts, äh, großartiges zu sagen kann. Ähm, ich spiele halt Halfstone im Moment, äh, teilweise recht aktiv. Jetzt im Moment nicht, weil, ja, Open Beta und so, ne, kommt. Und, ähm... Mein Lieblings-Ending? Was meinst du mit Ending? So, dann hab ich mir mal kurz den Kollegen gesagt, der dachte, ich könnte Provision dafür bekommen, aber da ja die Firma mit den TS-Servern mir gehört, äh, unter anderem. Ähm, ja. Wirst du nach dem Beta-Vibe wieder Keys bekommen? Ich weiß nicht. Wie heißt, äh, was heißt noch? No hablo espanol. Äh, no hablo, ja, kann auch sein. Wie gesagt, ich kann echt nicht viel Spanisch, also, ne. Welches Game ist deinem Mann auch zurzeit die größte Konkurrenz zur WoW? Puh, also wahrscheinlich die Spielerzahl mäßig wird es Guild Wars 2 sein, ne. So, mal kurz, äh, die Guild-Home-Adresse weitergegeben. So, ähm, wie viel Geld hast du in Halfstone investiert? Also, ich hab so knapp 60 Euro gespendet bekommen, die hab ich investiert. Darüber hinaus aber auch noch, ich weiß nicht, also, ich werd das ja sehen, wenn ich die Packs komme, aber ich glaub, ich hab 5 oder 6 weitere 40er-Packs gekauft. Ja. Was? Nochmal, weil das die Ending von Inni-Ich ist. Achso. Wirst du nach dem Vibe in HS eine Sondersendung machen, in der du, ja. Also, ich werde nach dem Vibe eine Sondersendung machen, in der ich alle Gold, äh, also alles Gold, was ich danach bekomme, in Decks investiere und dann die Karten kaufe und öffne. Das hab ich so versprochen und das werd ich auch so machen. Also, nach dem Beta-Vibe spiel ich, äh, live wahrscheinlich eben das Tutorial durch, das sollte nicht so richtig schwer werden und werd dann, ähm, alle Karten kaufen, die ich kaufen kann mit dem Gold, was ich da bekomme und, äh, die ganzen Packs aufmachen. Grob geschätzt, keine Ahnung, 400, irgendwie so. Ähm, Frage, wird mal was zu GTA 5 kommen oder interessiert dich das Spielgenre nicht? Mich persönlich nur sehr, ähm, eingeschränkt, aber ich weiß, dass Balow das vielleicht machen wird. Also, Balow, äh, will das vielleicht machen. Kann ich nur schon mal sagen. Ach, kann ich ja wieder, die Arena kann ich ja wieder neu kaufen, einfach. Brauche ich ja kein Gold für aufhoben. Ja, ich weiß nicht, eigentlich hatte ich mit M-Pox auch vor, mal einen Tag, ähm, jetzt hier das neue Zelda zu spielen, da muss ich nochmal mit ihm abklären, ob wir das machen oder nicht. Ähm. Bei Gate Gaming spielt das gerade die halbe Reaktion, da kommt sicher noch was. Ja, ich denke auch. Das ist ja nicht so richtig meins und, ja, von daher... Ja, das waren jetzt ja schon eine Menge Fragen, ehrlich gesagt. Frage, was hältst du, äh, dass WoW immer einfacher wird, zum Beispiel Skilltrees? Wird es das wirklich? Findest du das? Oder, ähm, ist das irgendwo eine offizielle Regel? Ich denke nicht, dass es dadurch immer einfacher wird, nur weil man, ähm, nicht den alten Skilltree hat, wo man sowieso sich, äh, immer für das eine entschieden hat, ist ja nicht einfacher oder schwerer. Ähm, das wirklich Wichtige ist ja, wie sind die Encounter designt und wie schwer sind die Encounter im Hard-Mode, denn nur den Hard-Mode kann man ja mit dem alten Content vergleichen. Und die Normal-Modes sind ja nicht vergleichbar mit dem alten Content von damals, ne? Ähm, und da verweise ich auf die Meinung der Top-Gilden, die sagen, dass die, äh, Bosse immer noch sehr, sehr schwer sind. Also, wie gesagt. Also, A Link Between Worlds meinst du? Nein. Windraker HD meinte ich. Äh, hast du Familie? Und wenn ja, inwiefern vermischte ich deine Arbeit mit deinem AFK-Leben? Ähm, also ich hab insofern, äh, Familie natürlich, als dass ich, äh, eine Mutter habe. Mein Vater ist vor vielen Jahren schon gestorben. Ich hab einen Hund, der ist auch meine Familie. Und ich hab eine Schwester. Mein Bruder ist leider auch, äh, sehr, sehr plötzlich, äh, dieses Jahr gestorben. Und halt noch eine Nichte ist die Tochter meines Bruders. Äh, das ist so, ja, meine engere, äh, Familie im Moment. Äh, oder nicht nur im Moment, sondern generell auf jeden Fall, ne? Die werden hoffentlich erstmal, wird sich da in Zukunft nicht so weiter ändern. Ähm, was eine Sache ist, äh, ja, die ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass meine Mutter, ähm, dadurch, also meine Geschwister sind 20 Jahre älter als ich. Und ich bin somit, äh, wesentlich jünger. Und meine Mutter ist, äh, dementsprechend auch wesentlich älter. Für andere Leute in meinem Alter wäre sie vielleicht die Oma. So rein alterstechnisch war sie schon, äh, über 70. Und, äh, die ist an Alzheimer erkrankt vor, ja, nicht ganz anderthalb Jahren. Und das ist sehr, sehr anstrengend, kann ich euch sagen. Ähm, also falls ihr mal irgendwann ein Familienmitglied habt, was, äh, an Alzheimer erkrankt, es ist sehr, sehr hart. Und es ist sehr, ähm, anstrengend, äh, ähm, auch damit umzugehen, muss ich sagen. Und, äh, ja, es kann manchmal, also zum Beispiel meine Mutter ist jetzt halt auch nicht mehr der Mensch, der sie war, ähm, bevor, äh, sie diese Krankheit einfach hatte. Weil sie sich vom Wesen her wirklich sogar verändert hat, ja. Also ich weiß nicht, äh, wenn ihr eine Oma habt oder auch Eltern, die ihr vielleicht dann irgendwann mal erlebt, ich kann euch nur sagen, ich wünsche niemandem, dass er diese, äh, dämliche Krankheit hat. Und, ja, genau, Loki ist mein kleiner Venien. Ähm, nein, also ich habe im Moment keine, äh, Kinder in Planung. Ich habe zwar grundsätzlich gern Kinder, aber, ähm, ehrlich gesagt, äh, ja, weder, äh, Lust beziehungsweise Interesse an irgendeiner Beziehung, die das ermöglichen würde, noch, ähm, die Zeit auch, ne. Also im Moment, äh, also klar, es kann natürlich irgendwas passieren, aber, äh, also ein Kind hätte ich im Moment gerne, die Beziehung ist jetzt nicht so interessant. Das ist wirklich meine ehrliche Antwort. So, äh, Frage, welchen Umfang hast du für die Berichterstattung über Wildstar geplant? Regelmäßige LPs, Reviews, ist Barlow eingeplant und hat er sich schon zum Spiel geäußert? Ähm, nein, hat er nicht. Ich will sich auf jeden Fall Wildstar angucken. Ich will Barlow dazu überzeugen, Wildstar anzugucken. Ich kann sagen, dass wir einiges machen werden zu, äh, Wildstar. Unser Team arbeitet ja im Moment schon daran. Ich weiß nicht, ob ihr jedes Mal, äh, jeden Sonntag zum Beispiel kommt auf Venien.eu, ähm, ne Live-Sendung zum Thema Wildstar mit Crane an vorderster Front. Dazu, äh, ist auf jeden Fall der Flip noch mit dabei und der Name von dem anderen, der auch, glaube ich, Philipp heißt, das ist ein, äh, Nickname, den ich aber vergessen hab. Und, ähm, ja, es wird dazu noch wesentlich mehr geben, wenn das Spiel dann draußen ist, denke ich. Ähm, Frage, wird WoW bald, Pookie, danke, wird WoW bald wirklich Free-to-Play? Okay, ich denke, nein. Also, außer es wird sich desaströs entwickeln, dann wird man vielleicht nochmal eine Richtungsänderung machen, aber wenn es sich so weiterentwickelt, wie es im Moment ist, denke ich nicht. Frage, warst du schon mal in Hamburg und Berlin? Ich war schon mal in Berlin, zweimal. Einmal beim, äh, DFB-Pokalfinale von Schalke im Jahr, pff, keine Ahnung, die haben in zwei Jahren hintereinander gewonnen. Im zweiten Jahr, welches auch immer das jetzt ist, äh, in Hamburg bin ich nur durchgefahren, oder, ich glaube, ich war auch schon mal in Hamburg, da war ich aber noch kleiner. Äh, Berlin finde ich cool, interessant, müsste ich aber mir nochmal ein bisschen besser, äh, angucken. Wo würdest du gerne mal hin? Im Ausland, ähm, also ich würde gerne mal in die USA. Das Schöne ist, ich fahre in die USA, beziehungsweise fliege, und zwar, äh, im November, am 6. November genau zu sein, fliege ich. Und, ähm, da, äh, geht's nach Kalifornien, denn, äh, da ist BlizzCon, und ich, ähm, ja, werde, äh, quasi, dann zu BlizzCon fliegen, zum einen, das ist geil, und zum anderen werde ich halt, äh, auch endlich mal Amerika sehen, werde danach noch unter anderem nach Las Vegas und so, äh, freue mich da sehr, sehr drauf. Ich habe heute meine Einreisegenehmigung beantragt, äh, das hat geklappt, Gott sei Dank, und, äh, ja, bin total geil drauf, ähm, äh, da endlich mal hinzukommen. War ich noch nie bisher, in Europa war ich schon sehr, sehr weit rumgekommen, aber in den USA halt bisher noch nicht, und freue mich, dass es dann auch noch in Verbindung mit der BlizzCon ist. BlizzCon Baby, ja, wird natürlich umfassende Berichterstattung von dem Urlaub von allem geben. Frage, gibt es schon Infos zum Release-Termin von Hearthstone Arena, ähm, du meinst unsere Webseite, ne, ne, nehme ich mal an. Entschuldigung, ich habe gerade gesagt, die Webseite ist auf jeden Fall das nächste, was wir, äh, planen rauszubringen. Ich kann dir, äh, nichts öffentlich sagen, ich weiß nur, dass die Zeit nicht mehr sehr lang ist, eigentlich. Ich bin aber sehr skeptisch, ob das wirklich so klappt. Ich hab, äh, ähm, ich sag mal, einen Zeitraum unter zwei Wochen meinem Mitarbeiter gesagt, dass sie da fertig sein muss. Ob sie dann wirklich fertig ist, da bin ich mir nicht so sicher. Äh, von Mafma nochmal, denkst du, dass der, äh, Zufall einem immer in die Karten spielt? Bedeutet, dass man plötzlich neue Freundschaften findet und nichts richtig planen kann? Oh ja, ich glaube, der Zufall, äh, spielt eine ganz große, also ist ja eine sehr philosophische Frage jetzt. Ähm, also Zufall im Leben ist alles, ja. Ich meine, ihr müsst mal mein Leben sehen. Ich hab, ähm, Informatik studiert, äh, hatte erst mal ein Zivildienst gemacht, dann ein Praktikum, dann Informatik studiert, das abgebrochen, weil es eigentlich doch nichts war für mich. Und ich so eine Arbeit mit Menschen machen, äh, wollte. Dann, ähm, vor und nach dem Studium immer in sozialen Einrichtungen gearbeitet. Und hab dann, äh, WoW gezockt und im Prinzip hätte ich mir diese ganze Studiererei, zumindest auf Basis von jetzt, vielleicht entwickelt sich mein Leben in eine komplett andere Richtung, aber auf Basis von jetzt, äh, hätte ich das zumindest nicht studieren sollen, sondern wahrscheinlich ein bisschen was anderes, irgendwas in Richtung Marketing etc. Das wusste ich aber damals noch nicht, ja. Weil durch WoW hat sich mein Leben durch zufällige, äh, Wegpunkte, sag ich mal, äh, angefangen davon, dass, äh, Steve mich eingeladen hat, äh, also dass wir als Gilde, muss man sich mal vorstellen, so ein dämlicher Punkt hat mich an das die Stelle gebracht, wo ich jetzt gerade bin, dass, äh, wir als Gilde auf den Server Sral transferiert sind und dadurch in den Fokus von Steve kam, weil wir eine sehr erfolgreiche deutsche Gilde waren, was uns wiederum, äh, damals als Gäste in die WoW-Nacht mit der Gilde, äh, gebracht hat, weil wir, äh, ihn halt mit durchziehen konnten. Völliger Zufall, ja? Solche Sachen zu, äh, planen geht ja gar nicht, ne? Dann wiederum, äh, die Zufälle, dass, äh, uns gerade ein Sponsor eine Webseite gemacht hatte mit der Entropy-Gilde, äh, dass diese Gilde sich, ähm, weil ich nicht mehr, ähm, mitarbeiten konnte oder nicht mehr mitspielen konnte, weil ich zu viel Arbeit zu tun hatte, hat diese Gilde sich aufgelöst, unter anderem, äh, weil die beiden Gildenmeister, ich und noch ein Kollege, eben aufgehört haben und dann musste irgendwas mit dieser Webseite geschehen, was dann ich daraus, äh, gemacht habe. Jetzt mittlerweile, das ist ja alles, sind ja alles Zufälle, äh, sehr, sehr viele Zufälle, die so, äh, gar nicht geplant sein konnten und auch nicht geplant waren. Dass dann wiederum mal, ich irgendwann eine League of Legends-Seite, äh, Get Gaming, etc., Gild News mit, da haben wir, das sind ja alles, äh, zufällige Sachen, zum Beispiel Gild News, ja, der Alex, der Sputti, ähm, das sind ja immer diese Auswahlkriterien. Er hat sich irgendwann halt beworben bei uns, da musste er erstmal den Mut für aufbringen, sich zu bewerben, auf der anderen Seite musste er mir dann auch noch so auffallen, dass ich sage, ja, den können wir nehmen, so in die Richtung, ja, das müsst ihr euch alles alle mal, ja, dass ich Sputti bei Subways getroffen habe, äh, zufällig, ja, ist auch noch ein Grund dafür, dass es zum Beispiel Gild News gibt. Also es sind, mein Leben ist voll von tausenden von Zufällen und, äh, ich glaube, äh, die Wegpunkte oder das Leben von vielen Menschen wird sich halt immer durch Zufälle, ähm, ja, entscheiden, man kann gar nicht so einfach planen, ja. Ähm, hast du eigentlich mal Karten vom alten WoW-Kartenspiel gekauft? Nein, hab ich gar nicht gespielt. So, null. Zero. Ähm, Marv, Marv, hast du Angst vor der Zukunft? Vor welcher? Vor, äh, der, was passiert mit der Seite? Oder, ähm, also, ich verstehe jetzt nicht, äh, was du meinst, das müsst du vielleicht nochmal spezifizieren, also, vor der für die Seite oder vor meiner eigenen Zukunft? Also ich sag mal so, ich hab auf jeden Fall Angst davor zu sterben und, äh, gerade der Tod meines Bruders hat mir gezeigt, lebe jeden Tag so, äh, dass du ihn magst einfach, dass du halt das Leben magst. Ich sag jetzt nicht, diesen Plattenspruch, lebe jeden Tag so, als wäre er dein letzter, darum, ne, keine Ahnung, äh, das kann man, glaube ich, nicht. Aber, äh, guckt einfach, dass ihr das Leben lebt, wie ihr es mögt und wie es euch halt, ähm, 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 ja, äh, äh, gefällt. Also, dass ihr halt nicht irgendwie ein Leben lebt und nicht euch irgendwo reinzwingen lasst, was euch nicht gefällt. Keine Ahnung, hier gibt's verschiedene Beispiele für. Lasst euch von euren Eltern nicht zwingen, irgendeinen Beruf auszuüben, den ihr nicht mögt. Das muss man mal ganz klar sagen, das kann nie gut und vernünftig ausgehen für die Leute. Oder, äh, ach, da gibt's tausende Beispiele, äh, wo man die Meinung von anderen höher schätzt als, äh, die eigene, ne, äh, keine Ahnung. Äh, lasst euch nicht einreden, mit wem ihr zusammen seid. Wenn ihr zum Beispiel eine Freundin oder ein Freund oder schwul seid oder whatever, ne, dann lasst euch da nicht von anderen bestimmen, äh, was die dazu sagen, ähm, das ist ja euer Leben und, äh, da solltet ihr halt gucken, dass ihr dieses Leben halt lebt, äh, wie ihr möchtet. Das finde ich das, äh, Wichtige. Wie bin ich darauf gekommen? Achso, hast du Angst vor der Zukunft wahrscheinlich, ne? Naja. Der Zufall hat mich zu Elemania gebracht, obwohl ich nie WoW gespielt hätte. Elemania zu Ven in EU und damit, äh, mich zu einem Mitarbeiter gemacht. Ja, das seht ihr mal, ne? Äh, wenn jetzt Beta-Videos, äh, haben, äh, dich zu von Bergens Minecraft-Server und so weiter und so fort, ja. Äh, wenn du alt wirst, würdest du, wenn ihn nur an einem deinem Sohn Beispiel oder jemand weitergeben, den du persönlich gut kennst und denkst, der würde sich weiterführen. Also im Moment, ich muss sagen, ich habe kein Testament gemacht, was ich vielleicht machen sollte. Im Moment würde ich wahrscheinlich, äh, meine, äh, Firmenanteile, ähm, an die Leute vermachen, die hier dran mitarbeiten. Also zum Beispiel an Grain, ähm, wenn ich halt jetzt wirklich sterben sollte und ich ein Testament gemacht hätte, was ich echt noch nicht getan habe, aber wahrscheinlich vernünftig wäre, äh, sollte die wahrscheinlich natürlich Grain gucken, äh, bekommen. Ähm, würde ich dann eher machen. Sollte sich ja auch jemand dafür interessieren, keine Ahnung, ne? Äh, niemand kann die Firma führen, äh, wenn die, ja, das Interesse nicht da ist. Vor meiner Zukunft im Allgemeinen. Wie gesagt, also vor, vielleicht eigentlich auf dieses, äh, lebt euer Leben so, ne? Äh, naja, whatever. Ähm, nein, im Prinzip im Moment nicht. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Das sind immer Sachen, wo ich gucken muss, wie ich die löse, aber irgendwie habe ich in der Vergangenheit immer Sachen, ähm, gelöst bekommen und von daher bin ich da ganz, ähm, äh, zu, äh, oder sicher, dass das klappt. Und, gute Einstellung, wenn ich mach weiter so, hättest du eine Zombie-Apokalypse im Angesicht von RTL für realistisch? Äh, hä? Ich verstehe die Frage nicht, Zahler. Hat RTL einen Film rausgebracht, der Zombie-Apokalypse heißt? Dann nein. Oder meinst du wegen RTL und ihrem Programm? Ich weiß es nicht. Was ist das zu spezifizieren? Ach ja. Gut, jetzt habe ich mal sehr tiefsinnige Meinungen von mir gegeben, die jetzt wahrscheinlich hier, ähm, zu wenig, äh, genau, eine Zombie-Apokalypse ist rein biologisch schon nicht möglich, ja. Von daher... Frage, was hättest du in deiner Kindheit gerne anders gemacht? Beziehungsweise, was würdest du gerne, wenn du könntest, irgendwie rückgängig machen? Es gab Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe mir schon oft, äh, überlegt, ob ich, ähm, also, dieses Time-Travel und, beziehungsweise, jetzt nochmal, keine Ahnung, äh, fünf sein mit den Erfahrungen von jetzt wäre geil, ohne Frage. Auf der anderen Seite, äh, es gab Dinge, die ich falsch gemacht habe. Angefangen von der Wahl meiner Schule bis, äh, zu vielen anderen Sachen. Teilweise vielleicht Freunden, denen ich vertraut habe, ähm, denen ich nicht hätte vertrauen können. Lebensentscheidungen, äh, die ich getroffen habe. Fehler, die ich begangen habe. Leuten, die ich, äh, wehgetan habe. Ähm, also, ich denke, äh, da gibt es auf jeden Fall in meiner Kindheit und nicht nur in meiner Kindheit Dinge, äh, die ich, äh, im Rückblick gerne, äh, anders machen würde. Ähm, aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, welches Stückchen ich herausziehen würde und dann, äh, zu einer anderen Zukunft und zu einem anderen Leben mich jetzt führen würde. Und daher würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Äh, so, äh, lebst du von Venien? Und wenn ja, wie ist das Leben? Stressig, chillig, etc.? Ja, ich lebe davon und es ist stressig. Also ich habe halt jeden Tag auf jeden Fall eigentlich was zu tun. Im Moment, äh, seit kurzem ist es jetzt ein bisschen entspannter geworden, seitdem wir Tiki haben. Äh, aber, äh, im Prinzip gibt es halt immer irgendwas, ne? Also zum Beispiel diese letzte Woche war ultra, äh, unentspannend. Äh, dieses Karten-Kreativ-Gewinnspiel mit diesem kleinen Shitstorm im Forum hat mich, äh, von Sonntag auf Montag, äh, von Montag auf Dienstag und den ganzen Dienstag absolut, äh, in Beschlag genommen. Und ich habe im Prinzip fast keine Zeit gehabt für andere Sachen. Ja. Äh, Marv, Marv, ich finde, das macht den Mensch empatisch, wenn er ein bisschen über sich erzählt. Vielleicht seine Ängste oder Wünsche und Hoffnungen, okay? Äh, warum denn, beziehungsweise, wie viele meinst du, das weiß ich nicht, an mich gedacht. Welcher ist dein Lieblingsfilm, beziehungsweise Horrorfilm, äh, falls du dieses Genre magst? Ja, durchaus, ähm, und ich sag mal, der Horrorfilm, bei dem ich mich, glaube ich, auch im Nachhinein immer noch am meisten gruseln würde, ist Friedhof der Kuscheltiere. Ist ein Klassiker, aber ich finde den immer noch gut. Der gefällt mir. Ich werde, äh, mit das Breaking Bad-Finale morgen früh angucken, denke ich. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, so lange aufzubleiben. Ähm, kannst du bitte mal ein freundliches Bild von dir einstellen? Kann ich mal machen. Und warum bist du manchmal so beleidigend auf deiner Seite gegenüber Chatter? Äh, auf meiner Seite, also du meinst jetzt, ähm, auf, äh, auf vending.eu oder hier? Das Bild ist ehrlich gesagt auch, äh, ja, also ich sehe es wohl grundsätzlich nicht so aus, weil ich noch die Haare habe, aber, ja. Also, äh, bin gespannt, ähm, was da, äh, rauskommt. Korrekt, du meinst jetzt hier? Ach, auf vending.eu. Also, ich bin, äh, dann zu Leuten beleidigend, wenn ich denke, dass es, äh, ähm, dass es, ähm, ähm, der richtige Weg ist, um mit denen zu kommunizieren. Es gibt manchmal Leute, da glaube ich, dass die einfach, äh, ähm, nix schnallen, ehrlich gesagt, wenn man denen das versucht, freundlich zu sagen. Sondern muss man einfach mal sagen, halt deine Fresse, du dummer Spaste, oder sonst irgendwas. Aber das meine ich doch eigentlich jetzt nicht öfter. Also, ich weiß nicht genau. Vielleicht kannst du mir mal ein Beispiel bringen, das wäre total lieb. Äh, Frage. Dürfen deine Kinder, wenn du mal welche hast, WoW spielen? Ähm, wenn sie wollten. Ja, ich würde das natürlich durchaus kontrollieren, äh, und kommt immer darauf an, wie alt die sind. Aber grundsätzlich, ja. Äh, und das Bild auf, äh, Gildturm übrigens ist ein scheiß Bild von mir, aber, also ich denke, da könnte ich schon noch ein paar bessere machen. So, wenn du drei Wünsche frei in deinem ganzen Leben frei hast, welche würdest du dann nehmen? Tut mir leid für diese tiefsinnigen Fragen. Ähm, jetzt im Moment nehme ich an. Jetzt im Moment würde ich mir, äh, als erstes wünschen, dass meine Mutter kein Alzheimer mehr hat. Also, ich versuche, also das ist jetzt so ein, äh, Wunsch, den ich mir, glaube ich, äh, zuerst wünschen würde. Ähm, das wäre, äh, ja, das Erste, weil, weil ich sie, wie ich es habe, das ja gerade schon mal kurz angeschnitten, dass sie halt einfach nicht mehr sie ist, sondern irgendjemand anders. Äh, das wäre auf jeden Fall mein erster Wunsch. Der Rest, was, ich finde es immer schwierig. Ich würde mir bei so einer Frage, also habe ich mir schon öfter gestellt, nichts wünschen, was ich nicht auch selber machen könnte. Zum Beispiel bin ich ja ein bisschen, äh, beleibter. Und daher würde ich mir jetzt auch nicht wünschen, jetzt, äh, aufgleich ich könnte das ja durchaus hinkriegen. Ich habe das schon mal, äh, durchaus hingekriegt. Man muss das einfach nur, äh, standhaft durchhalten. Deswegen ist das nichts, was ich mir wünschen würde. Ähm, ich weiß nicht. Also, das, äh, ich wüsste jetzt spontan. Äh, also klar, ich könnte mir natürlich wünschen, dass mein Bruder, äh, wieder lebt. Oder dass ich, äh, äh, oder dass er vorher gemerkt hätte, dass er irgendwie einen Magen gespürt hat. Das sind halt alles so ernste Sachen. Das tut mir auch leid, aber, äh, äh, ich weiß, ich würde jetzt nicht antworten, ich wünsche mir eine Million Euro oder so. Finde ich jetzt zu langweilig. Ähm, das Bild. Wenn nur Kinder über ein passendes Alter kommen. Ja, Familie. Ich würde mal von dir, oder war es Balo geflammt? Weil ich mal ein, ihr habt für den verloren geschrieben habe. Total gemein war das. Das war Balo. Ich hab das ja verstanden. Ich kannte dich. Kennst doch Balo. Wie reagierst du, wenn dich jemand in einer Pizzabude anspricht? Bist du, äh, für einen kleinen Talk offen? Also, wenn mich tatsächlich jemanden, äh, da erkennen würde? Na klar. Hallo Loki. Na, du möchtest rein? Ja. Mein Hund ist gerade reingekommen. Möchte jetzt erstmal, ja, hallo? Hast du geschlafen? Ja, ne? Ist müde, ne? Ähm. Also, ganz, also ich wohne ja nicht in Bochum. Ich wohne in Gelsenkirchen. Ähm. Unser Büro ist nur in Bochum. Und, ähm, warum sollte ich nicht mit Leuten sprechen? Ich muss sagen, dass ich schon mal Leute gehört habe, die sich über unsere Seiten unterhalten haben. Ich dann aber nicht hingegangen bin, hier, ich bin's, oder so, ne? Ähm. Das ist mir schon öfter passiert. Aber, äh, es wäre mir, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Ähm. Was liebst du an WoW? Äh. Wahrscheinlich vor allen Dingen die offene Welt, die Art, wie es gemacht ist. Ähm. Die Leute, die ich da kennengelernt habe. Das Projekt, was dadurch entstanden ist. Ich mag WoW einfach grundsätzlich. Der Marf, Marf. Ach nein, gar nicht. Erstmal kommt der Blackhair. Was für einen Hund hast du? Welches Alter? Und. Gesicht. Also, mein Hund ist ein Beagle. Ähm. Das ist ein schwarz-weiß-brauner Beagle. Der ist zehn Monate alt. Ähm. Beziehungsweise wird am 11. Äh. Oktober elf Monate und im November ein Jahr alt. Ja. Ähm. Der Marf. Denkst du, alle Wünsche, Hoffnungen wahr werden können? Ich denke, dass vieles nicht möglich ist. Nein. Das, was ich mir gewünscht habe, sind ja auch Sachen, die nicht möglich sind. Also, weder könnte ich jetzt meinen Bruder zurück aus der Vergangenheit holen und ihm sagen, er hat einen Magengeschwür, oder ich kann meine Mutter auch nicht, äh, ihre Alzheimer wegnehmen. Ich denke, äh, viele Sachen sind möglich. Ähm. Aber man soll auf jeden Fall, äh, seine Träume nicht einfach aufgeben. Was ist denn zum Beispiel dein größter Traum? Ripley, äh, kannst du dir die Zeit um 1945 heute noch vorstellen, die Nazi-Zeit? Nein, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ähm, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie, wie unglaublich hart es sein muss, in so einer Zeit zu überlegen, überleben. Also, ich persönlich, äh, bin jemand, der da immer frei seine Meinung raussagen würde und ich hätte echte Probleme, ähm, da zu überleben, weil ich wahrscheinlich immer, ähm, irgendwie gleich deportiert werden würde oder so, weil ich, äh, Nazi-Ärsche beleidigen würde oder so. Äh, musst du die Frage nicht beantworten, aber du sagtest, äh, eben, dass du etwas beleibter bist. Wäre es dann nicht gesünder, wenn du dies ändern würdest? Wenn du dich schon so, äh, wohlfühlst, ist das natürlich schön. Nur für deine Gesundheit ja natürlich. Wäre es für meine Gesundheit viel, ähm, besser, wenn ich das ändern würde. Und, ähm, das wäre sogar total wichtig. Ähm, ich hab's auch schon oft versucht. Ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich hab's halt einfach nicht durchgezogen, äh, bisher. Wahrscheinlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich hab mal überlegt, ob ich das halt, äh, einfach nicht öffentlich machen soll. Dann hätte ich diesen Druck von außen, um das halt immer weiter zu machen. Es ist halt so, dass ich im Moment vor allen Dingen, äh, das Problem habe, wie ihr das sicherlich alle kennt, dass man sich halt einfach nicht, ähm, ja, dazu motivieren kann, das wieder weiterzumachen, halt, so dieses Erfolgserlebnis, also, äh, und Stress ist da ein hoher Faktor. Also ich, äh, äh, wenn ich halt, wenn man gesund lebt, muss man auch eine gewisse Zeit investieren, um das zu machen. Das muss man mal ganz klar so sagen. A, muss man Sport machen, B, muss man, ähm, irgendwo das Kochen vernünftig machen. Und das ist, äh, bei mir schon ein größeres Problem, muss ich sagen. Puh. Äh, war das Absicht, dass Loki wie... Äh, nee, war nicht Absicht, äh, aber, naja. Tut mir leid, ich find gar nicht den richtigen Kommentar, aber dir ist schon was, dass du manchmal sehr auffällig wirst in deiner Aussprache. Weil er stört mich persönlich, äh, sehr und ich finde es auch, äh, einfach mal schweigen ohne anderes Beleidigen, also einfach ignorieren. Das mach ich oft genug, denke ich. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich finde, äh, wenn manche Leute hier anfangen, einige Dinge zu sagen, ähm, rechnen die nicht damit, dass man so ausfallen wird. Und, äh, diese Irritation, die ich damit, äh, auslöse bei ihnen, ist da einfach gewollt. Und, ähm, ja. Das ist halt, äh, ich komm aus dem Ruhrgebiet, da ist man halt ein bisschen, äh, derber mit der Aussprache, ne? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht. Loki, das ist ne... Na, egal. Ähm... Mein größter Traum ist, irgendwann mal eine Familie zu haben und ein Job, der mir täglich Spaß macht und mein Hobby Gaming am besten kombiniert. Wenn in die EU gleich geht Gaming, Gamestar, etc. Warum sollte das nicht möglich sein, ne? Ich sag nur, äh, vergiss ihn nicht und wenn möglich leb diesen Traum aus. Marf, marf. Ja, leider muss man sagen, dass Git Gaming in der Tat für alle, die da arbeiten, ne, ein Hobby ist. Weil Git Gaming anders als, äh, wenn in EU zum Beispiel ganz, ganz andere Besucherzahlen hat, ja? Man muss sagen, hätte Git Gaming die Besucherzahlen von Wendy in der EU, ja, also, dann würden wir nochmal, äh, das Ganze ein bisschen besser wahrscheinlich finanziert bekommen, weil, ja, wir dann ganz andere Zahlen bei zum Beispiel solchen Key-Verkäufen hätten, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Gaming ist ne, äh, tolle Sache im Moment, aber wirklich nichts mehr als ein Hobby für uns alle. Ähm, also ich verdiene da, glaube ich, keinen Euro dran und es gibt viele Monate, in denen ich da, äh, äh, wenn ich das alles zusammenrechne, was ich bisher ausgegeben habe, äh, also auch für die Entwicklung, äh, damals das Ganze hat ja gekostet. Das hat noch nicht der Grain gemacht, äh, hab ich da eher Verlust gemacht mit. Muss man ganz klar sagen. Ist aber kein Problem. Ich mag die Seite und ich hoffe, durch die Überarbeitung, ähm, äh, wird das halt besser, weil man muss sagen, dass, äh, wir im Moment halt, halt daran nichts verändern können. Die Arbeit der Leute ist super, äh, ist aber ein sehr schwerer Markt, ne? Da müssen wir halt gucken, dass das, äh, also monatlich trägt sie sich halt, ähm, aber auch nur, weil die Leute mit so wenig zufrieden sind, muss man auch sagen, ne? Ja. Ja, manche Leute brauchen einfach einen Anschluss, damit sie anfangen nachzudenken, was sie da so labern. Das sehe ich auch manchmal, ja. Ne, ich werde gleich kein Rundchen Haarsturm mehr spielen. Ich bin schon relativ müde und daher, ja. Frage, spiel mal mit dem Schurkendeck, wer einen Traum erfüllt, ha, 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 sehr lustig, äh, ne, wie gesagt, heute nicht mehr, morgen würde ich das machen. Äh, was hältst du von der heutigen Jugend, den Social-Media-Plattformen und Co.? War es früher für dich alles besser oder ist heute für dich alles besser? Gottes Willen, diese Leute, die sagen, früher ist alles besser, gehören auch direkt erschossen. Ganz ehrlich, die heutige Jugend ist halt auf eine andere Art anders als irgendeine andere Jugend, in Anführungsstrichen. Und ich weiß auch nicht, was an Social-Media das Problem ist, ähm, ist mir absolut, äh, schleierhaft. Also, nein, für mich ist keine, äh, der beiden Jugend besser, sie ist halt einfach anders, äh, ne, ich sag mal, äh, in ihrer Kultur. Ich weiß nicht, früher haben sich die Leute halt, ich muss sagen, ich hab manchmal, äh, Leute, äh, weil wir nicht zu irgendjemandem hingehen konnten oder so, saßen wir auch irgendwo draußen rum und haben uns da getroffen, da, äh, vielleicht schon angenehmer, wir Facebook kurz kommunizieren, was wir so machen, bevor wir uns irgendwo erstmal draußen treffen, etc., also gar nicht, keine Ahnung. Was machst du denn da, Hund? Das ist ein Socken. Ach, dieser Hund hier. Wie findest du persönlich die Entwicklung seit Mob, beziehungsweise welchen Content fandst du da im Anfluss vollsten? Ich persönlich... Ja, in Mob nicht, äh, aktiv für Ruhig-Rates. Und da kann ich das nicht sagen. Naja, die Jugend von heute, ich bin in Luxus, die manieren, ja, bla 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 bla. Äh, die größte Gruppe, die die heutige Jugend hasst, ist die heutige Jugend. Da hasst sich jeder gegenseitig, ja, vielleicht. Ja, die Medien sehen sowieso, irgendwelche Themen muss man ja auch machen, ne? Äh, ist ja schön, wenn man darüber geschrieben hat, wow, heute machen alle das und das, ist das ein Problem? Ja, damals haben alle das und das gemacht, war das ein Problem, so ist es, ne? Ja, gut. Ich würd sagen, äh, das war's. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon über eine Stunde dran, denke ich. Denn, äh, hier steht letzte Werbung vor einer Stunde acht Minuten. Und, ähm, ja, äh, mir hat's, äh, Spaß gemacht, waren sehr coole Fragen dabei. Ich werd gucken, dass beide Sachen auch auf YouTube kommen. Und, ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, äh, und waren irgendwelche interessanten Antworten auch für euch dabei. Ich danke euch fürs Fragenstellen und, äh, sag mal, bis morgen Abend, ähm, in, äh, an das Gift in Overgate, 20 Uhr. Ich mach jetzt gleich noch, äh, wieder, ähm, irgendwie Werbung. Ihr wisst das, ihr könnt dranbleiben, wenn ihr es unterstützen wollt, auch wenn es eigentlich egal ist, weil es sowieso nicht so die, äh, Unsumme bei 150 Leuten, aber trotzdem. Bis dann, tschüss!